Als ich vor drei Jahren in der Schule war, habe ich mich immer gefragt, warum können wir nicht so Sachen lernen wie Selbstbewusstsein, Beziehung zum Körper, Motivation, Mindset, Zeitmanagement, Lernstrategien. Es gab irgendwie nie was dafür, es hat nie jemand darüber gesprochen und deswegen habe ich dann angefangen die Sachen für mich selber zu lernen, habe Bücher gelesen, bin zu Seminaren gegangen, habe ich Lernstrategien entdeckt, habe ein 1.0-Abi damit gemacht, bin nach Spanien gezogen mit 18 ganz alleine und jetzt studiere ich hier und habe in den letzten zwei Jahren ein Startup und ein Videokurs aufgebaut für uns Mädchen, sozusagen das, was ich mir damals gewünscht hätte und richtet sich an Mädels zwischen 14 und 18 und heißt Girl Power, hier ist der Flyer und es gibt fünf Hauptthemen im Kurs. Das erste Thema ist Beziehung zu mir und meinem Körper. Ich weiß einfach aus Erfahrung, dass wir Mädchen oft so Mechanismen in dieser Zeit aufbauen, Binge-Eating, sich ständig zu vergleichen und deswegen Selbstrespekt lernen ist das Erste. Die zweite Sache ist Beziehung zu anderen Menschen, also warum ist dein Umfeld so wichtig? Beziehung zur Familie, Beziehung zu Freunden, Beziehung auch zu Fremden, also offener sein, sich trauen zum Beispiel auf der Straße einfach Leute anzusprechen. Die dritte Sache ist besser in der Schule werden und für mich heißt besser in der Schule werden, besser lernen heißt schneller lernen. Ja, das heißt, dann wirst du sozusagen besser in den Klausuren zum einen und zum anderen hast du noch mehr Zeit für die Sachen, die dir vielleicht noch mehr Spaß machen. Und das heißt, ich gebe dir meine Lernstrategien mit, mit denen ich damals so ein gutes Abi geschafft habe, sodass du deinen bestmöglichen Schulabschluss schaffst, was auch immer das für dich heißt. Die vierte Sache ist Zeitmanagement und Zielerreichung. Ja, also ich gebe dir konkrete Steps, wie du Ziele erreichen kannst. Da geht es um Fragen, wie wie kann ich mich besser organisieren, wie kann ich konkret planen und so weiter. Und die fünfte Sache ist dann Mindset, also ein Mindset von Verantwortung. Ich habe mein Leben in der Hand, ein Mindset von positiven Denken, ein Mindset von Motivation, ein Mindset von Willensstärke. Ja, um diese fünf Hauptthemen geht es in einem Kurs. Und Girl Power ist ein Tippvideos machen muss, sondern es gibt zwölf Sessions. Also der Kurs geht über zwölf Wochen. Es gibt jede Woche eine Session und jede Session beinhaltet ein Video von mir für dich. Das geht ungefähr zwischen 45 und 60 Minuten. Dann gibt es ein E-Book dazu. Da hast du Tipps drin und Tricks und Tools und Aufgaben und Übungen dazu, sodass du die Sachen direkt anwenden kannst. Die Kursgruppe, es wird auf jeden Fall eine Gruppe geben. Eine Challenge, die wir bestehen müssen, sozusagen bis zur nächsten Session. Und der vierte Punkt und ganz wichtig ist, dass es auch ein Gespräch mit mir beinhaltet, dass wir online führen und da kannst du mir einfach nochmal sagen, was für dich wichtig ist, was dir vielleicht schwerfällt und ich gebe dir einfach meine besten Tipps und Tricks und Aufgaben mit. Und der Kurs kostet 99 Euro. Ich weiß aus Erfahrung, dass es meistens die Eltern zahlen. Deswegen habe ich extra noch ein Video, noch einen extra Trailer für deine Eltern gedreht. Guck dir den gerne an, zeig den gerne auch deinen Eltern. Und ja, ich freue mich total, wenn du dabei bist. Ich freue mich über jede einzelne von euch und bis dann.